Hallo Leute, hier ist mein zweites Video von Hero Zero. Ja, und mein erstes Video war jetzt die Einführung. Und jetzt kann ich mit dem ersten Teil von Hero Zero Let's Play anfangen. Ja, ich bin jetzt Level 209, sonst hat sich eigentlich nichts verändert. Ich habe mir Erdnüsse geholt, 100 Stück. Ja, ich warte jetzt auf die Mission, die dauert 2 Minuten 30. Jetzt noch, eigentlich. Ja, Duelle, ich zeige jetzt mal, wie ich die Duelle mache. Also ich ziehe immer die Wurfwaffen aus und greife den niedrigsten an. So. Ja, ja, sein Begleiter ist noch ziemlich schwach, deswegen habe ich hier... So, Fähigkeiten. Einmal Kopfnuss, Elfmeterschütze und Doppelt hält besser. Dadurch mache ich... Also ich greife durch Kopfnuss dann zweimal an und durch Doppelt hält besser auch zweimal an. Und durch Elfmeterschütze... Ähm, weicht er 6% weniger aus. Aber da seine... Also, er hat richtig viel. Ja, jetzt habe ich gewonnen. Und ich habe 90 R und 1130 Münzen bekommen. Manchmal bekommt man auch ein Gegenstand. Ähm, ja, jetzt ziehe ich die wieder an, die Wurfwaffen. Weil man die nur verbraucht, wenn man jemanden angreift. Und hier habe ich immer Ersatz parat, falls die leer gehen. Ähm, ja, jetzt kann ich nicht mehr angreifen. Das lädt sich immer wieder auf. Man hat dann 100 Mutern am Anfang. Also 5 Mal kann man angreifen, dann muss man warten. Außer man setzt Donuts ein. Dann kann man wieder sofort angreifen. Ja, jetzt komme ich zu meinem Team. Mr. Benji hat leider das Team verlassen. Jetzt sind wir wieder einer weniger. So. Jetzt sind wir 26. Das ist unser Teamausbau. Wir haben... Wir können 27 Mitglieder haben. Ähm, Ausstattung ist auf 33. Also gibt es uns einen 33%igen Boost auf Grundfähigkeiten. Dann haben wir hier Popularität auf Stufe 40. Gibt einen 80%igen Boost auf verdiente Erfahrungspunkte in Mission. Ist auch nicht schlecht. Und dann hier noch Motivation auf Stufe 31. Gibt einen 62%igen Boost auf verdiente Münzen. Ja, die Boosts sind eigentlich gut ausgebaut. Wir haben auch viel Geld hier jetzt. Wenn wir hier jetzt mal angucken bei Rangliste. Ist unser Team 23. Wir waren auch schon mal 19. Aber viele sind jetzt aus dem Team gegangen. Weiß auch nicht warum. Aber ich bleibe im Team. So, jetzt ist meine Mission fertig. Und jetzt mache ich auch schon die nächste. Oder nee, lieber noch nicht. Ich gehe erstmal zu den Sondereinsätzen. So, ich habe hier schon alle fertig. Und dann gibt es noch Spezial-Sondereinsatz. Wenn man den ersten fertig hat, kann man dann nochmal alles in Spezial machen. Und den ersten habe ich in Spezial fertig. Und ich versuche jetzt mal, hier beim dritten, den ersten zu machen. So, 175, das ist zu schaffen. So, also das schaffe ich locker. Hier habe ich einen Gegenstand, der mich richtig schlecht macht. Tja. Tja. Egal. Jetzt mache ich den zweiten. Den schaffe ich eigentlich auch. Kein Ding. Ja. Nur epische Sachen hier. Ah, okay. Jetzt bin ich beim dritten. Drei Jodler. Drei gegen einen ist eigentlich unfair. Aber, naja. Ich bin ja eigentlich nicht allein. Ich habe einen Vogel. So, das schaffe ich auch. So, beim nächsten. Yeti. Oder was es auch ist. Das wird jetzt knapp. Oder auch nicht. So, macht immer noch Minus. Das ist auch nicht so gut. So, also den schaffe ich jetzt nicht mehr. 225. Dann gehe ich mal nochmal auf Sondereinsatz und mache den nächsten. Hier. Ja, der ist auch 225. Dann lasse ich es und gehe hier. Und versuche hier den letzten zu besiegen. Vielleicht klappt es ja. Und ich habe es sogar geschafft. Yeah. Sondereinsatz beendet. Cool. Jetzt habe ich, das habe ich das erste Mal jetzt hier geschafft. Und nach einem Tag und 22 Stunden kann ich, glaube ich, den wieder machen. Jetzt habe ich ein Heldentat bekommen. Beenden. Ach, Donuts. Uh. Viel. Jetzt gucke ich mal, was ich hier für Items habe. So. Das ist auf jeden Fall weg. Das auch. Das braucht keiner. Minus 31 braucht auch keiner. Minus 3 auch nicht. Hier, plus 29. Dann nehmen wir den mal. Ein schöner Helm. Ultimativer Powerhelm der großen Bekanntheit. Ja. Jetzt bin ich bekannt. So. Sondereinsatz. Ich versuche jetzt auch mal den hier zu besiegen. Und das hat leider nicht geklappt. Tja. Dann mache ich einfach mal mit den Missionen hier weiter. Ja. Ah, jetzt kann ich noch einmal benutzen. Jetzt kann ich keine Energie mehr kaufen. So. Dann gehe ich mal hier hin. Also hier sind... Also die Notizen, die darf ich euch nicht zeigen. Das ist nämlich nur fürs Team. Dann hier die Beschreibung. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Falls ihr Hero Zero ausspielt und auf Server 8 seid, könnt ihr ja gerne mein Team besuchen. Ja. Und dann seid ihr vielleicht auch mal im Video. Weil nächstes Video stelle ich euch die Teammitglieder vor. Also. Das war es jetzt auch schon. Ich mache immer kleine Videos. Ja. Also sage ich euch auf Wiedersehen.